Auch heute wird wieder ein bisschen der Garten gepimpt. Ich hatte allerdings bis drei Schule, dementsprechend lege ich jetzt erst los. Ja, hier zwei Kettensäge, einmal die große, einmal die kleine. Für den Haufen werde ich natürlich nur die kleine benötigen, die große brauche ich dann nachher für die dickeren Stämme. Und zwar dahinten sind ein paar dickere oder ein dicker Stamm und dann, wie gesagt, werde ich Brennholz wegsägen. Jetzt gibt es wieder ein geiles Zeitraffer-Video, endlich mal wieder, wie ich das Ganze hier klein säge und ja, dann viel Spaß dabei. So sieht das Ganze jetzt hier aus, alles gesägt. Ich habe auch schon mit dem Laubbläser die Späne größtenteils weggepustet. Ja, das muss ich jetzt nur noch irgendwo hin stapeln. Da liegt auch noch ein bisschen Holz und da liegt alles verstreut. Das dünnere Anzündholz und da liegt ja auch noch ein Haufen und da liegt auch noch was dahinter. Und ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall irgendwo hin stapeln, sodass die Rasenfläche wieder frei ist, weil ich muss so langsam auch nochmal wieder Rasen mähen. Ja, das war ein kurzes Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal.